Einen wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Tech News und die hat heute einen ganz besonderen Sponsor und zwar das Corsair HS80 Max, das kabellose Headset, was einige Vorteile mitbringt, die ich bisher bei kabellosen Headsets immer vermisst habe. Denn ihr habt unter anderem eine ewige Akkulaufzeit und wenn ihr die Beleuchtung auch noch abstellt, sogar noch länger. Ich hatte hier teilweise Arbeitstage mit über zwölf Stunden und das Ding war immer noch nicht alle. Außerdem habt ihr einen fantastischen Ton und auch noch ein richtig vernünftiges Mikro mit dabei und wie gesagt, es wird einfach über den Dongle an den PC verbunden und ihr habt sämtliche Freiheiten. Das Headset gibt es gerade zum Angebotspreis auf Mediamarkt und zwar gerade mal für 152,99 Euro. Schaut mal gerne unten in den Link in der Beschreibung und jetzt legen wir los mit der News. So, dann kommen wir erstmal in den AMD Part und auch hier gibt es wieder durchaus interessante Neuigkeiten, denn die Plattform AM5 wird auch offiziell immer günstiger. So sollen jetzt zum Beispiel der 8700F und der 8400F erscheinen und das F steht ja immer dafür, dass sie keine integrierte GPU-Einheit mehr haben. Das kommt entweder von teildefekten Prozessoren oder halt von Prozessoren, die das überhaupt nicht onboard haben und damit günstiger herzustellen sind. Jedenfalls soll der 8700F dann ebenfalls mit 8 Kernen und 16 Threads kommen und der 8400F mit 6 Kernen und 12 Threads. Also auch hier sind durchaus CPUs drin, die dann in den niedrigeren Preisbereich reingehen könnten. Das ist auch schon mal eine gute Sache. Mit einem günstigen Mainboard kommen wir dann auch langsam wieder auf AM4 Niveau. Aber wir haben natürlich noch andere Sachen und zwar AMD FSR 3.1. Das hat man nämlich jetzt bei der GDC vorgestellt. Und was soll man sagen, das ist schon richtig cool, weil es ist offiziell laut AMD mit DLSS und XESS von Intel jetzt kombinierbar. Das heißt, ihr könnt noch mehr Frames da rausholen. Auch wenn AMD explizit sagt, dass das Frame Generation nochmal ein extra Tool ist, sagen wir es mal so, oder eine extra Funktion, die nichts unbedingt was mit FSR zu tun haben muss. Jedenfalls wird die Qualität drastisch verbessert. Es sollen nicht mehr so viele Artefakte entstehen. Und das erste Spiel, was wahrscheinlich so im zweiten Quartal rauskommen wird, ist Ratchet & Clank. Und da hat man schon die ersten Demo-Shots gezeigt. Und das sieht doch schon mal wesentlich besser aus. Ich würde sogar behaupten, wir werden die Algorithmen immer weiter vorschreiten sehen. Und irgendwann haben wir wahrscheinlich nur noch ein Grundmodell, aus dem dann der Rest berechnet wird. Das wäre doch auf jeden Fall schon mal eine coole Sache. Und man bräuchte halt nicht mehr so viel Hardwareleistung. Man bräuchte nicht mehr so viel Stromverbrauch. Und die Spiele würden trotzdem gut aussehen. Ja, kommen wir zu Intel. Kommen wir zu Nvidia. Und Nvidia hat sich zu den aktuellen Lieferengpässen ihrer KI-GBOs geäußert. Und hat gesagt, bei Blackwell wird das nicht mehr passieren. Man hat jetzt sowohl seine Lieferketten auf den Andrang eingestellt. Und ja, es soll wohl auch in Zukunft möglich sein, regelmäßig Blackwell KI-GBOs zu liefern. Das andere Problem dürfte allerdings Micron sein. Die stellen nämlich unter anderem HBM3-E-Speicher für Blackwell her. Und die sind schon komplett ausverkauft. Ebenfalls für 2024 und auch schon für 2025 wird das knapp. Jetzt ist das natürlich die Frage, wird der Speicher überhaupt reichen? Von wie vielen Herstellern wird das Nvidia beziehen? Wenn die anderen Hersteller auch schon ausverkauft sind, dann könnten durchaus andere Faktoren jetzt dazu kommen, dass man das Leistungswachstum nicht mehr halten kann. Aber wir werden sehen, was sich dieses Jahr noch ergibt. Hauptsache, die produzieren genug GDDR7-Speicher, damit wir unsere GPUs bekommen. AI ist doch alles Quatsch. Aber Nvidia muss sich nicht beschweren, denn die haben wohl einen neuen Kunden gefunden, und zwar Mediathek, der ja eigentlich Konkurrent im Tablet- und Smartphone-Sektor ist. Die werden nämlich jetzt in Zukunft auch auf RTX-GPUs von Nvidia setzen, und zwar vor allem im automobilen Bereich. Das heißt, hier wird man vor allem die RTX-Einheiten übernehmen, um dann so Sachen wie autonomes Fahren oder Ähnliches zu ermöglichen. Da braucht man halt nun mal eine ganze Menge Rechenleistung, und die bietet Nvidia nun mal in diesem Bereich, was wahrscheinlich eines der größten Wachstumsmärkte die nächsten Jahre sein wird, dass die Autos nur noch autonom fahren. Ab 2028 soll das bei uns auch offiziell möglich sein. Also das heißt, auch für andere Marken, anderer Hersteller, der i5 von BMW macht das ja schon teilweise. Da kann man ja schon die ganze Zeit auf der Autobahn fahren, ohne das Lenkrad überhaupt berühren zu müssen. Aber irgendwie fühlt sich das immer noch komisch an. Selbst wenn ich mal das Lenkrad für 30 Sekunden loslasse und mich mein Auto anpiept, dann bin ich aber meistens schon schneller gewesen. Also ja, es wird schon eine komische Umstellung werden. Was aber durchaus für uns noch interessant werden könnte, ist die RTX 4000-Generation. Denn hier sollen nochmal ein paar neue Refresh-GPUs kommen. Und ja, das ist jetzt aber nichts großartig Neues, sondern einfach bestehende Karten auf leistungsfähigeren Chips aufzubauen. Das passiert vor allem dann, wenn die GPUs nicht richtig belichtet sind, Teil defekt sind oder, oder, oder. Zum Beispiel aus einer 4070 mit dem ARD-104 kann man dann auch locker eine 4060 machen, die normalerweise auf einen kleineren Chip setzen würde. Hier sollen weiterhin 4060 Ti, 4060 und 4070 Karten entstehen. Der Vorteil könnte aber sein, wenn der Chip vielleicht nicht so defekt ist, wie man dachte, dass man die später noch freischalten kann. Aber das wird man dann sehen, wenn die Karten auf den Markt kommen. Ja, und dann kommen wir mal zu dem Thema, was ich gerade schon bei AMD kurz angeteast habe. Denn Nvidia, beziehungsweise Jensen Wang, geht davon aus, dass wir in zehn Jahren jeden einzelnen Pixel per KI generieren werden. Das heißt, das klassische Raster-Modell, was dann fest auf der GPU berechnet wird, wird immer weiter aufgelöst. Und wie gesagt, wir werden wahrscheinlich nur noch ein paar Grundmodelle haben, die dann den Rest aus KI-Daten zusammensetzen. Das heißt, wir können hochauflösende Grafik ermöglichen, ohne dass wir zu viel Energieaufwand da reinstecken müssen, weil das hat ja das Rechenzentrum für uns schon getan. Und ich bin mal wirklich gespannt, wo das hingeht, die Reise, und ob wir auf immer effizientere Geräte zusteuern, oder ob wir sagen, nee, jetzt brauchen wir erstmal die nächsten 20 Jahre noch richtig Leistung, um das alles zu ermöglichen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir nur noch so Low-Poly-Modelle haben und nur noch ein paar Punkte. Und der Rest wird dann einfach errechnet und dann nur noch ein bisschen verfeinert. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das die Zukunft ist. So, und dann kommen wir mal noch zu ein paar interessanten Themen, die nichts mit den drei großen Herstellern zu tun haben. Und zwar mal wieder das Thema Shed-Kontrolle. Der EU-Rat will die Überwachung bis Juni unbedingt durchdrücken, während einige Politiker sagen, das ist alter Wein in neuen Schläuchen. Und hier versucht man wieder auf Umwegen über die Shed-Kontrolle zu rutschen. Das Ding ist aber auch einfach, naja, also wenn sie es irgendwann mal durchkriegen, dann wird es halt wirklich eklig. Dann könnten die theoretisch auf Verdacht in eure Sheds reingucken, auch in eure privaten Sheds. Und das wäre natürlich nicht so feierlich. Ich hoffe einfach, dass es immer und immer wieder abgelehnt wird und dass irgendwann mal einer sagt, jetzt ist auch mal Feierabend, jetzt ist auch mal gut. Denn ich sage es mal so, so dringend, wie das momentan versucht wird durchzusetzen, hat das nicht nur was mit Kriminalität zu tun, sondern wahrscheinlich auch viel mit Werbeindustrie und so weiter und einfach die generelle Überwachung. Weil theoretisch könntet ihr dann für jeden Furz einfach Shed überwacht werden, was natürlich auch irgendwie mit der DSGVO nicht übereinstimmt. Naja, wir werden es sehen, wo das Ganze noch hingeht. Aber erstmal geht es zu schnellerem Internet. Denn AVM hat jetzt bekannt gegeben, dass man Fritzboxen mit 5 Gigabits die Sekunde bringen will. Und das Update soll erstmal nur für die 5530 und für die 5590 Fritzbox kommen. Aber das ist doch schon mal eine spannende Sache. Der Nachfolger dieser Boxen soll dann übrigens auch 10 Gigabit unterstützen. Gut, also irgendwann, weiß ich nicht, ist der Download schneller, als das eigentliche Installieren auf dem Rechner. Das habe ich heute teilweise schon. Ich bin mal gespannt, wo die Reise noch hingehen wird. Aber es ist ja gut, dass es endlich mal vorangeht mit dem Internet. Auch wenn es natürlich an allen Standorten noch nicht mal ansatzweise gegeben ist. Denn wir haben ja jetzt das Recht auf schnelles Internet. Und ganze 10 Mbit im Download und 1,7 Mbit im Upload stehen uns zu. Wow. Das ist, ähm, ernüchternd. Weiter geht es allerdings mal wieder mit Hackerangriffen. Und ja, irgendwie habe ich jede News jetzt irgendwas davon drin. Und ein paar Forscher haben mittlerweile herausgefunden, dass man mittlerweile Millionen von Hotelschlössern einfach öffnen kann, indem man die Karten, naja, über Fernzugriff sogar kopieren kann. Das ist ziemlich erschreckend, wie ich finde. Und ich gehe mal davon aus, dass man hier das System entweder neu verschlüsseln müsste in irgendeiner Weise oder eventuell sogar einen Hardware-Austausch vornehmen müsste. Aber ja, wir haben uns mittlerweile so an diese Security-Cards gewöhnt, dass man irgendwie schon enttäuscht ist, wenn man in ein Hotel kommt und da ein normaler Schlüssel dranhängt. Aber vielleicht ist es doch am Ende die beste Variante. Manchmal ist es halt besser, Sachen nicht in die Cloud zu laden, sondern auf einen Zettel zu schreiben. Aber so ist es denn halt. Und ja, es gibt halt auch noch andere Sachen. Und zwar auch Apple ist nicht gefeit vor dem Ganzen, was wir mit den Sicherheitslücken der letzten Jahre in den Intel- und AMD-Prozessoren hatten. Denn gerade Apple M1, M2 und auch der aktuelle M3 haben wohl ein Sicherheitslack. Auch das haben zum Glück erstmal Forscher rausgefunden, also keine Hacker an sich, und geben das jetzt an Apple weiter. Aber die Forscher haben auch darauf hingewiesen, dass es demnächst wohl Updates auf Software-Seite dafür geben müsste. Und gerade der M1 und der M2 werden denn tendenziell erstmal langsamer werden. Da Apple ja eine relativ feste Update-Struktur hat mit neuen Betriebssystemen und Updates halt auch relativ unauffällig einspielen kann. Werdet ihr wahrscheinlich erstmal nichts davon mitbekommen. Hoffen wir aber auch erstmal, dass die Performance-Verluste in Grenzen bleiben. Da werden wir dann sehen, wo die Reise noch hingehen wird. Durch diesen sogenannten Seitenkanal-Angriff könnt ihr halt alles auslesen. Unter anderem auch geheime Schlüssel dieser CPU und damit die komplette Kontrolle über euer System übernehmen. Also das heißt, die Software muss definitiv aktualisiert werden, um diese Sicherheitslücken zu schließen und wird sich dann wohl zwangsweise auch auf die Performance auswirken. Zu guter Letzt haben wir noch eine Meldung von AOC. Die haben nämlich jetzt einen neuen OLED-Monitor rausgebracht mit 44,5 Zoll, 240 Hertz, eine Auflösung von 3880x1440 Pixeln und lockerflocking 1399 Dollar vor Steuern. Und ja, schickes Teil, aber ich finde für die Größe ein bisschen zu wenig Auflösung. Aber das müsst ihr natürlich wissen. Trotzdem, OLED-Monitore immer wieder eine gute Sache. So, das war es dann allerdings auch schon mit dieser Tech-News. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Schaut gerne unten bei Corsair nochmal vorbei oder bei MediaMarkt, wenn ihr dieses Headset haben wollt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, mittagröder Abend, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.